Es ist Schlafenszeit. Die Sterne funkeln schon am Himmel und der Mondschein erleuchtet den Wald. Unsere kleinen Camper kriechen gleich in ihre Schlafsäcke und träumen von neuen Abenteuern. Das sind die kleinen Waldbewohner. Sie sollten eigentlich auch schlafen gehen, aber sie sind noch wach. Wollt ihr das Licht ausschalten und sie ins Bett schicken? Cindy braucht ihren Schlaf, damit sie für das große Spiel morgen ausgeruht ist. Sie ist so aufgeregt. Hoffen wir, dass sie einschlafen kann. Anton hat den Kopf immer voller Ideen und wenn er ins Bett soll, kann er schlecht einschlafen. Vielleicht träumt er von seinem nächsten Meisterwerk. Gute Nacht, kleines Stinktier. Schau mal, Olivia spielt immer noch mit ihren Käfern. Du kannst morgen weiterspielen, Olivia. So am Schlaf, dann kann er unspielen, träumen. So am Schlaf, dann gehen wir die Schlaf, dann aber nach dem Mainz dazu. Und halt das Telefon, müssen wir noch mit ihr geholfen. Vielen Dank.